Ich grüße euch auf unserem AstroVitalis-Kanal, den ihr kostenlos abonnieren könnt. Ihr könnt auch auf meiner Webseite astropolarity.de alles über die AstroPolarity-Lehre erfahren, die ich selbstverständlich nicht nur entwickelt habe, sondern auch benutze, um zum Beispiel in dem wichtigen Gebiet der astrologischen Medizin dort auf entsprechende Fokussierungen, auf die Auswirkungskonstellationen, aber auch vor allen Dingen auf die Lösungsfix-Konstellationen zu kommen. So, ich blende es mal ein. Wir haben hier ein Geburtsbild von einer ganz jungen Frau, die ist jetzt, glaube ich, Anfang 30, die hat mit 28 Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Eine der Herzinfarkt-Konstellationen, es gibt da fünf, sechs, sieben verschiedene, ist aber, und das ist eine sehr massive Konstellation dafür, Uranus-Pluto. Das finden wir hier, in dem der Pluto in 11 steht, eine Uranus-Pluto-Konstellation. Und das ist dann also auch als Auswirkung zu verstehen, weil der Infarkt sozusagen eine körperliche Form der Auswirkung von Uranus-Pluto ist. Wenn man schaut, ich mache das hier in Kurzform mal durch, im Sinne von Auswirkung, Ursache und Lösungsweg, wenn man mal schaut, was denn die eigentliche Ursache für diesen Uranus-Pluto, für den Herzinfarkt ist, dann muss man an die Felderspitze gehen, an der das Zeichen ist, was zu dem entsprechenden Fokusplaneten gehört. Und das ist ja Pluto, dazu gehört der Skorpion, und der Skorpion ist am 12. Das ist Neptun-Pluto oder Plutoneptun. Und das ist ja eine ganz, ganz tiefgründige, sehr dunkle und sehr, ich sage mal, vereinfacht hier, ich will nicht in die tiefen psychologischen Analogien jetzt gehen, eine sehr mystische und sehr geheimnisvolle Konstellation. Da verbergen sich also, ganz populär ausgedrückt, viele Geheimnisse. Und wenn man das jetzt mal in Verbindung bringt mit dem Fokus, mit der Auswirkung Uranus-Pluto. Was ist Uranus-Pluto? Uranus-Pluto ist eine Konstellation, bei der das Männliche, bei dem entsprechenden Menschen, egal ob Mann oder Frau, stark geschwächt ist. Weil hier ein Vertrauensmangel in den Männlichen Archetyp von der Mutter übernommen wurde. Das ist auch bei dieser Frau so gewesen. Die Mutter von dieser Frau hat sich scheiden lassen von dem Vater der Frau, weil die da schwer enttäuscht war. Das ist das typische Uranus-Pluto-Enttäuschungserlebnis, diese unbewusste Enttäuschungsbereitschaft. Und die Tochter hat das übernommen. So, und jetzt war es so, die hat ihren Infarkt bekommen, nachdem sie einen Mann kennengelernt hat, Klammer auf, dem sie aber unbewusst nicht vertraut hat, und wo ursächlich im Grunde genommen irgendein mystisch-geheimnisvolles, also auf keinen Fall deutliches, keine deutliche Substanz der Beziehung zu sehen war. Das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen kryptisch, was ich sage, weil ich kann unmöglich bei der kurzen Zeit jetzt hier in die Tiefe gehen. Aber diese Frau hat Angst gehabt vor dem. Unabhängig von dem Vertrauensmangel, den sie sowieso unbewusst in die Männer hat, im Sinne dieser unbewussten Enttäuschungsbereitschaft. Die hat einfach auch Angst vor ihm gehabt. Mir hat sie erzählt, der kam ihr vor, wie so aus der Finsternis kommt. Irgendwie faszinierend, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Und sie hat dann ein paar Wochen, nachdem sie ihn kennengelernt hatte, da war sie also auch noch mit ihm zusammen, hat sie einen Infarkt bekommen. Okay, sie hat sich dann von dem Mann getrennt, weil der sich auch nicht weiter gekümmert hat, glaube ich, so war das. Wie ist hier der Lösungsweg? Das ist ja ganz wichtig. Lösungsweg findet man, indem man auf die Fokuskonzeption geht. Das ist der Pluton 11. Da geht man in die Felder speziell, in denen der Planet steht. Das ist 11. Da ist die Waage. Und zur Waage gehört die Venus. So, und diese Venus, die steht hier im siebten Feld. Das ist interessant. Ja, die steht im siebten Feld und sagt, und das ist hier der reine Archetyp. Das ist ganz wichtig, ja, weil wir haben einerseits die Waage an 11 und dazu gehört die Venus und die steht aber in 7. Und Venus in 7, Waage-Venus in 7 ist Waage-Venus 7. Also Waage-Venus. Das ist der reine Archetyp. Und das heißt begegnen. Das heißt, was die Frau auf jeden Fall tun muss, ist im Sinne der Fokuskonstellation sich klarzumachen, dass sie sich irrt, wenn sie generell annimmt, dass Männer schwach sind, dass man denen nicht vertrauen kann. Ja, da gibt es ja einen entsprechenden Heilsatz, auch den ich dann oft in solchen Fällen sage. Auch für mich gibt es einen Mann, dem ich vertrauen kann und so weiter und so weiter. Und dann muss sie aber sich möglicherweise sogar zwingen, immer wieder in Begegnungen zu gehen. Um dort die Feststellung zu machen, dass es sehr wohl, und das ist ja eine wahre Tatsache, Männer gibt, denen können Frauen vertrauen. Es gibt natürlich viele Männer, denen sollten Frauen besser nicht vertrauen. Aber umgekehrt ist es auch so, es gibt Frauen, denen können Männer vertrauen. Es gibt aber viele Frauen, denen sollten Männer besser nicht vertrauen. Also es gibt immer so und solche. Hier ist es ja dieser, bei Umanus Plute, dieser sogenannte generalisierte Vertrauensmangel in den männlichen Archetyp. Und das ist schlicht ein Irrtum. Deshalb sagt hier dieses Geburtsbild bei dieser Frau, die Lösungswege sind ja immer anders, also die individuellen Lösungswege, so wie wir das bei der Astro-Poliotie-Lehre nennen. Hier sagt das Geburtsbild ganz klar, habe Begegnungen immer und immer wieder, bis dir klar wird, dass du schlicht in diesem Irrtum gelebt hast, dass eine Frau keinem einzigen Mann trauen kann und deshalb du als Frau auch nicht. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.